Ähm... Glas. Glas, Glas. Haben wir Sand. Mal einen Sand. Habt ihr zufällig zehn Eisen oder so? Nee. Ähm, bisschen was Eisen ist da. Vier brauch ich davon. Achso. Na gut, nee, dann machen wir das mal anders. Ähm, wir haben doch so Sound-Muffler. Kann da mal einer hier ein paar herbringen? Äh, nur einen Rain-Muffler haben wir. Na, Sound-Muffler mal, glaub ich, auch. Weiß ich nicht, kann sein. Na ärgerlich, na, wie soll's? Äh, wenn du so alle warst. Das kann ich gar nicht verstehen. Also irgendwie jetzt gehört bei mir? Ja. Ebenso. Ich glaub, das hat sich gelehrt. Jo. Kein so. Ja. Monster! Au. Ähm, war das grad die Pfanne? Ja. Okay. Einfach mal über den Boden schleudern. Ich liebe diese Pfanne, ne? Ich hab nämlich bald schon Level 3 auf der Pfanne. Okay. Hier Level Comfortable hab ich jetzt. Wir fehlen noch 40 XP hier drauf. Ach so, ich kann die sieben rohen Fische hier auch mal braten. Ja. Dann verwende ich vielleicht die Holzkode mal dafür, ne? Naja. So. Boah, aber die Monster, ey. Der ist schlecht ausgewöhnlicher als ein Skeletten oder so. Das ist eigentlich mein Imbar-Schwert. Wir müssen, wir müssen echt die Monster wegkriegen, weil die verursachen den riesen Lack gerade. Ja. Also, den Sound kann ich wegmachen. Hier ist ein Sound-Muffler. Boah. Boah. Ne, ich mein die Mobs selber. Der Sound. Ja, das ist echt kacke. Ausmachen kann ich sie jetzt auch nicht auf die Schnelle. Können wir die nicht einfach mal geradewegs runterfallen lassen? Irgendwie geht das nicht? Das geht ja, warte. Du meinst, dass wir kurzzeitig einfach mal ein Loch in den Boden ausschlagen, und das ist alles fern? Ja, okay. Ja, genau. Also, weil es ist unmöglich so zu spielen irgendwie. Dann würd ich aber weiter weg gehen, ansonsten reißt sich einer mit runter oder so. Vorsicht. Erstmal oben vielleicht. Ne, ne. So geht's. So geht's, ja. So geht's, ja. Ich mein, ich hatte die Streuung der Barrels um mich anders in Ordnung gehabt. Äh. Falls. Ja, und da sind noch zwei Blöcke, soll ich die schnell machen von hier aus? Okay, hast du einen Hänger gekriegt. Ja, perfekt. Ja, jetzt haben sie alle erstmal ein bisschen im Void. Vielen Dank. Können sie auch gerne tun, das ist kein Problem. Können sie halt erstmal alle fallen. Hä, trotzdem witzig da durchzuschauen. Was ich grad sehe? Hm? Exorcist Stream und die Hoa of Growth behalte ich mir. Warum? Exorcist Stream hat Repair 5 drauf. Oh. Und Frugal 5. Oh. Ja, das ist meine neue Kampfwachst. Erstens, ne, wobei, gut. Du kannst auch die Bäume damit mal abfällen müssen. Sonst die großen hier, die einfach nur ärgerlich sind, ohne Exorcist Stream. Klar. Äh, das ist... Rechtsklick geht halt mit einfach, oder? Äh, links und rechts geht. Rechts ist schneller, äh, braucht aber mehr Durability. Ist scheißegal, aber ich hab Repair drauf. Ja, aber wie viel ist die... Äh, also wie schnell das geht, ist die Frage. Ich würde lieber Spaß am Anfang. Okay. Da sind schon wieder Monster... Ach du. Da war mal ein Monster. Bin ich froh, dass ich Mob-Griefing aus hab. Na? Ich find's schön, wie auf der Minimap einfach da, wo unser Mob-Spawner ist, sich 20 Milliarden Köpfe überlappen. Und vor mir anscheinend auch ein Skelett gespawnt ist irgendwo. So. So, der erste Baum ist kaputt. Das ging leicht. Cool. Ich hab den anderen halb mitgefällt, ups. Nur halb? Der hat sich halb mitgefällt, ja. Sowas. Das verrottete Fleisch kann ich mir nehmen, ja, ne? Klar. Soll ich einfach mal alle Bäume fällen? Cool. Naja. Bis auf die Fruchtbäume. Also die Obstbäume. Die könnten noch letztlich sein. Ja, das ist klar. So, hier hinten mal ne Fackel hin, weil hier... Na, wir mal kurz da so hin. Da hinten sind schon wieder sauffällige Creeper gespawnt. Ja, dann halt mal gut. Wird halt ausleuchten. Muss ich hier auch grad nochmal machen. Ich hab Glowstone Nooks erhalten. Okay. Von Microblocks. Die kann ich jetzt zu Glowstones wieder zusammenhauen, oder? Ja, kann ich. Sehr cool. Hast du eigentlich den Hammer noch, oder ist er schon weg? Komm. Ich? Ne? Probieren. Ich hab zwei Glowstone. Das ist gut. Gut. Lade ich mich auch nochmal hoch. So, reicht. Ja. 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 Wie schaut's mit Vakuum, Hopper oder dergleichen aus? Da sitz ich grad dran. Okay. Das war mein Sand. Sorry. Ne, ist gut. Sah so aus, als hättest du ihn aufgenommen. Oh, ich hab nen Bogen gekriegt von nem Skeleti. Jetzt bin ich, jetzt bin ich noch mehr Ultra-Imba bewaffnet. Ah. Ist ja nur, ist ja nur mehr als halb kaputt der Bogen, aber hey. Äh, ich hab auch nochmal nen halb kaputten Bogen. Kannst alles zusammensetzen. Hilfe. Danke. Warum war das Ding so schnell tot? Weil ich draufgehauen hab. Da. Ah, der ist... Sollte sich genau abbetten. Ah, nicht ganz. Ich hab viel zu viel Möll. Ich mach jetzt mal ne Kiste nur für Holz. Ah, oder kann ich, ähm, Rohholz oder Fertigholz? Rohholz, weil ich hab hier die ganzen verschiedenen Sorten. Ah. Ich hab hier noch ganz viel davon, wenn du mal schaust. Du wolltest die unbedingt. 64 plus 27. Ja. Das reicht glaub ich knapp, oder? Ja. Ein bisschen. Ein bisschen. So. Ja, für ne Weile... Ah, da ist ne Banane reif. Meins. Dann pflanze ich mal die Bäume hier wieder an, ne? Mhm. Ah. Haha. Frank, das Druckerrohr. Jo. Und das Dummoor. Äh, fünf Reeper. Nein. Äh, nein. Wo? Äh, nein. Okay, dann kümmere ich mich da jetzt drum. Was hast du da eigentlich am Rücken? Ein Farmer aus Delic Harness. Ein Tummoor. Ja. Hat jemand, ähm, Pfeile dabei? Ne, okay. Der eine ist lieber komplett zu mir. Ich hab einen Pfeil und der Rest liegt hier unten in den Barrels. Töte ihn, töte ihn. Dung. Dieses Geräusch. Dung. Dieses Geräusch. Dung. Ich brauch auch unbedingt mal irgendwie ein Schwert oder so. Ich hab nichts zu verteidigen. Und du kannst mein Eisenschwert haben. Okay. Die Bratpfanne kann jetzt, hat jetzt Fiery und, also Fiery und Bane of Athropods. Das heißt, die macht jetzt auch noch, schön Spinnenschaden. Sehr geil. Macht noch wer Eisen? Äh. Ich hab noch'n Creeperkopf. Ich schrapple mal auf den anderen da. Da so hin. Nice. Habe ich noch genug Inventarplatz? Eigentlich ja nicht. Genau, ich wollte eigentlich, ähm, genau, das wollte ich, ja. Nein, das brauche ich noch. Ich baue nämlich jetzt noch eine Barrel. Um wirklich noch ein bisschen mehr Erde zu machen. Perfekt, das ist der schlechteste Ort für Erde, aber who cares. Er bleibt trocken, also. Wachst ihr, Selbstlinge. Permentiert. Geht's? Ja. Wo sind die beiden anderen Barrels hin, die hier noch draußen standen? Die habe ich rein ins Haus. Echt? Achso. Ach, da, okay. Oh, hier ist noch ein Skleitkopf. Oh, Emerald. Musst du noch irgendwie an Diamanten rankommen? Ähm. Warte mal kurz. Ich überlege gerade, kann man die Diamond Horse Armor wieder einschmelzen? Die noch mal was? Vielleicht. Die Diamond Horse Armor. Glaubt nicht. Probier's aus. Das heißt, ich sollte jetzt einfach hier in den Ofen werfen, irgendwie. Obwohl mal Diamant hier auch schlecht einschmelzen kann. Naja. Ja, das geht schon. Hohe Temperaturen. Naja, dann verbrennt's halt. Testen einfach mal. Mach. Einfach hier, legt man's einfach in eine dieser Teile rein, ja, ne? Naja. Passiert aber nichts. Schade. Oder ist es nicht heiß genug? Doch, heiß genug muss es sein. Ja, heißer geht nicht. Ja, der Rest läuft. Tja, dann schade. Oh. Dann hab ich jetzt ne unglaublich heiße Eisenrüstung. Also, Diamantrüstung. Weil die im Ofen lag. Mhm. Die hab ich's einfach so rausgenommen. Jetzt brauch ich nur noch ein Pferd, um das zu brandmarken. Ganz körperhaft. Ja. Genau. Dieses arme Pferd. Böser, böser Mensch. Ich stell mir grad dieses kochende Pferd vor. Was wollen wir eigentlich in der Mobfarm gegen die ganzen Bosscreeper und so machen? Äh. Ähm. Dann mach mal ein Loch rein, dann kann man reinhauen mit dem Schwert. Entweder das oder es gab doch irgendwas, äh, was automatisch Schaden macht. Ja, von, von, von Minefactory irgendwas. Ja, uch was, wie wo? Ich spiel grad mit der How of Gross ein bisschen rum an. Okay. Was kein Problem ist, weil die hat auch Repair 5, deswegen kann man hier schön, ähm, muss man nicht so viel Bombi verschwenden, von denen wir unendlich viel haben jetzt. Ja. Ich leg die How of Gross mal hier in die Kirsten. Kann man, glaub ich, sie mal machen. Tu das. Kannst die gerne verwenden, wenn du willst. Juhu. Du bist ja hier unsere Farmhure. Hehehe, Farmhure. Ja, das ist er doch eigentlich. Stimmt doch. War das nicht auch schon an unserem alten Display? Wir können gut zeigen. Ja. Äh, Fluidact, Fluidact. Aber ich nehm die nochmal kurz mit. Ja. Blei im Kupfer, haben wir irgendwo Blei? Ich glaub, ich glaub, doch, ich glaub wir haben Blei. Ich hab jetzt das Blei gefunden. Wo ist eigentlich unser Furt da? In der einen Kiste oben immer drin. Also, ich sollte vielleicht nicht alles fürs Verrotten verwenden, sondern auch manchmal wieder was zum, für, äh, für Essen. Das wär nicht schlecht. Kommt das bald her, egal. Ich mach mich mal wieder ins Essen rum. Sieg, da hab ich zehn. Ist einfach zu cool. Ja. Spiked Sword. Das ist geil. Aber halt halb kaputt, ne? Ich verstehe schon, ja. Von dem ist das. Keine Ahnung. Äh, ich glaub, von mir. Ja, ich glaub, das ist wirklich von dir, ja. Könnte sein. So. Jetzt hab ich noch davon und davon. Jetzt fällt mir noch aufs Glas. Ich pflanz die Kartoffel mal an, ne? Jo. Da ist das Glas. Obwohl, hier wolltest du ja nur Weizen haben, also pack ich dafür doch nicht, ja. Ich leg den hier in die Kiste rein, so. Was brauchen wir so was noch? Einen Piston und ne Maddox-Servo und Zinn. Äh, Zinn kann ich schnell essen. Äh, nee, mach mal besser nicht, sonst kommt dann einfach immer noch Bronze raus. Äh, wenn da noch Kopfer drin ist, ne? Ja. Schau mal nach. Oh, Dreck. Oh, da ist, da ist ja noch endlos die Kopfer drin. Ja. Cool. Ja, irgendwann muss das mal weg. Aber ganz unten ist noch ein bisschen Blei, was gerade geschmolzen ist. Ja, das ist gut. Dann brauchen wir noch Reds Joe. Noch noch zwei von. Gut, das sollte, glaub ich, reichen. Das reicht sogar exakt, wenn ich richtig... Nachdenke. Ein, ein Servo und ein... Ja, das reicht exakt. Ja. Und gleich... Wir brauchen auch noch so ein Sound-Muffer vielleicht. Ja. Steht schon. Oh ja, geil. Oh, so schön. Hm. Was? Ich mein, rein theoretisch können wir das Ding durch ein Ignis X-Doodle auch ersetzen. Ja, aber dafür brauchen wir ihn erstmal. Hier. Da bin ich gerade dran. Da f***, wo ist der Sound-Muffler hin? Aha, super. Hat er abgepaut. Hat er abgepaut. Ach, er hat... Äh? Versteh ich auch nicht. Mach mal hier hin. Ja, passt. Perfekt. Es ist unglaublich logisch, dass ein Stück Wolle darüber platziert, den ganzen Sound auffängt. Ja. Es ist magische Wolle in deinen Ohren. Laut dem Rain-Muffler. Äh, kann mir anders Disco voraus holen. Mach schon. Warum? Danke. Einfach so. Wie, einfach so? Weiß nicht, weil der dauert. Ja. Ja, acht Ingards. Doktor. So. Glas, Glas. Eisen, Eisen. Brauch mal mehr Eisen von. Ah. Bestellt euch jetzt bitte nicht mehr über Hunger, weil jetzt mach ich 64 Brote. Hoho. Es ist alles gut. Ich bestäm jetzt über Eisen. Okay, ich auch. Ähm. Ja. Sind die Casts eigentlich aus Gold? Äh, in dem Fall ja. Aber Gold ist doch gar nicht stabil eigentlich genug dafür, oder? Theoretisch. Oder hält Gold die Hitze eigentlich so gesehen aus? Hör auf drüber nachzudenken. Das ist zu spät dafür. Ja. Äh, ja, es kommt verbehalte ich jetzt, ne? Naja, ist gut. Ich brauch nur Eisen. Und irgendwo hier. Du hast gesagt, du hast Fluid-Dakte? Ich... Kann ich jetzt grad machen. Mach ich auch jetzt gerade. Sehr gut. Ich überleg grad den Rain-Mafia. Stell ich uns einfach mal aufs Haus, oder? Boah. Den musst du mal Rechtsklick machen, ne? Wofür? Ja. Und ich glaube, wir müssten die Quest jetzt auch fertig haben. Die entsprechenden. Ja. Das heißt, immer wenn du Zeug nicht Rechtsklick drauf, oder wie? Ne, äh... Du musst einmal Rechtsklick machen, dann kriegst du so magische Wolle in deine Worte. Oh, ich hab zwei Dolls bekommen. Nochmals gleiche Regeneration für sieben Minuten. Pack ich mal in die Strongbox. Äh, wo, wo gibt's den Reward für? Äh, für die, äh... Fluid-Dakts ganz oben. Ah, Moment. Fluid-Dakts, Fluid-Dakts. Da. Ach ja, genau, haben wir Äpfel? Ich hab Apfel. Ein bisschen, nein. Wie viel brauchst du? Äh, fünf. Insgesamt. Also ein paar sollten wir noch haben, wenn du ein bisschen durchschaust. Das ist ne... Basic Bag, ja. Endlich mal wieder! Hm, was denn? Noch mehr farbiges Glas. Jaaah! Jaaah! Also... Ich werde ein Kastel von Glas bauen. Wieso, wo ist eigentlich der Squid hin? Ist der verreckt? Ja, schade. Nein, ich hab meinen Hammer vergessen. Intelligent. Ich überleg grad, wollen... Nee, also die nächste Plattform, wenn ich mal irgendeine baue, die baue ich aus, ähm... Farbiges Glas. Ach, hier ist ein roher Squid drin. Das heißt... Das heißt, jemand hat Squiddy umgebracht. Jo. Wir könnt ihr nur Squiddy töten. Und einen Golden Nixen. Wer hat bitte schon einen Golden Nixen gemacht? Das ist pure Verschwendung. Ein was? Das hab ich bekommen. Das hab ich von dem Reward bekommen. Achso, dann ist gut. Ich dachte, was ist das? Es ist praktisch ne Crook, nur... aus Gold. Halt die dann länger, oder wie? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt's ja dann mehr. Die ist Goldner. Genau. Die ist Goldner. So, jetzt hat jeder von uns sechs Leben zu verschwenden. Schön. Ich fang mal an. Nein. Tu's lieber nicht. Verwenden? Apropos Essen. Ich brauch Äpfel. Essen ist im Ofen. Wert's genug. Ja, dann, wenn wir das Golden Nixen schon haben, kannst du es auch verwenden. Okay. Mal schauen, ob ich dafür Äpfel bekomme. Nein, jetzt hab ich endlich mal was vernünftiges. Das Brot ist echt praktisch, ja. Sag ich doch. Boah, ist das schnell. Alter, kaputt. Und schon kaputt. Was? Was? Das waren jetzt wie viele Schläge? Keine Ahnung, vielleicht 20? Etwa, ja. Das war schnell weg. Aber das ging auch schnell, also. Ist da irgendwas vernünftiges rausgekommen? Nee, gar nix. Oh, Mann. Ja. Äh, der Kram kommt da alles rein. Äh, wo sind die ganzen 1012 Millionen zig Pfeile? Ähm. Wir können die Mobfarme langsam wieder anschmeißen. Die sind 31, das reicht mir. Die was anschmeißen? Die Mobfarmen. Ja, wir brauchen halt irgendwas zum Abfangen. Stell du dich doch drunter. Da rein, theoretisch, du hast einen Magneten ja noch. Ja. Ja, eben. Wenn ich die Steine jetzt wegmache, dann... Ja, obwohl, ich kann sie wieder da oben hin machen. Dat jedja. Mhm. Ähm. Überlegt gerade. Überlegt gerade. Überlegt gerade. Der... Mhm. Ach, dieser Lava-Wasser... ...in einem Block-Kombinier-Generator. Ja, irgendein ist extremer. Okay, doch, heißt er so. Gut. Ähm. Mhm. Haben wir den schon? Nein, ich bin immer noch dabei. Ich brauch mehr Eisen. Okay, dann... ...soll ich ein bisschen Eisen schmelzen. Äh, hast du noch welches? Ich... ...dachte, ich hätte noch welches. Okay. Doch nicht. Sorry. Ich muss grad gucken, da kommen... ...ja, ich brauch noch einen Block, ein Ohr oder irgendwas in der Richtung. Aber hier ist kein Eisen mehr drin. Also weiter kloppen. Frank, wüsse mich. Ofen, bitte. Ich hab aber einen Dreck-Block, jetzt kann ich da mal die Farmen ein bisschen erweitern. Warum, warum ist... ...warum ist da Crops? Ich mach die auf der Ebene überall, die Crops. Ja, aber warum war dann hier... Ich mach das Holz wieder weg, weil dann... ...haben wir mehr. Ach so, okay. Gut, jetzt hab ich genug Eisen. Endlich. Ja, doch, Pfeile haben wir hier genug. Wie holt man die da raus? Links-Click. Ah, okay. Und Shift-Links-Click ist eins rausnehmen. Bitte nicht komplett leer machen. Wollte ich nicht, ich wollte nur noch einen Stack haben. Weil ich mein, da sind immer noch 44 Pfeile dran dran. Ähm, wir... Ja, wir sollten uns gleich mal darum kümmern, was hier los ist. Ja, das mein ich ja. Oh, hui. Vorsichtig. Ja, ich hab's gerade gehört und hab's nicht mehr geschafft, richtig rauszutabben. Ach so. Plank. Ich muss auch sagen, ich hab auch nur mein halbes Leben verloren, also. Oh, tschüss. Ach, nur. Weil ich auch, wir haben die aktuelle Tess frente zu haben. Oh, nein. Ach so, bitte.